Der Joghurt. Canadian mit Kaffee am Start, ne? One Shirt of War. Ich weiß nicht, in naher Zukunft, glaube ich, bestimmt, Bro. Episode 4, es geht los. Letztes Mal Cliffhanger bis zum Gehtnichtmehr. Irgendwer wird verhaftet. Let's go. Es lädt 5 Stunden. Ah, das ist letztens passiert, Freunde. Und die Doktorze sind nicht glücklich, dass ich weggehe. Mein Therapist ist schuldig, dass die Drücke ein Problem haben könnte, um Probleme zu verschwinden. Und es wird unmanageable. Es sind ein paar Sass-Sachen passiert. Die werden die Sass-Sachen wieder zeigen. Wayne Enterprises braucht ein neues Gesicht. Oswald Cobblepot. Komm, wer für mich funktioniert. Es wird nicht, was du hier hast, aber zumindest können wir auf der neuen BAT-TEC. Ich gehe und füge, was ich kann aus dem Lappen. Du bist ein guter Mann, Bruce. Please, Selina. Ich muss euch erzählen, wie ich... Bruce? Bruce? Du solltest kommen und bleiben mit mir. Ich denke, es werde ich nicht mehr denken. Burak, willkommen im Chat. Du hast deine Pille geöffnet. Das ist nicht gut. Guck mal bitte, wie krank. Das ist Vicky, ne? Die Reporterin. Achtet jetzt. Ich denke, es ist Zeit, dass du meinen echten Namen kennst. Ich bin Lady Arkham. Ekelhaftischer Brackidi. Vertrau niemals die Hunde, Chat. Vertrau niemals die Hunde. Die Entscheidung im bestimmten Verlauf dieser Spielereihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du sie spielst. Kleiner Padawan. Das war unnormal Plot Twist. Das Ding ist, ich war sogar im Codex, ne? Und ich habe mir jede männliche Person im Spiel... Ich habe mir jede männliche Person im Spiel angeguckt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, da gibt es doch niemanden, der das noch sein könnte. Bro, es war einfach Vicky. Geisteskrank. Komm schon. Retribution, Bruce. Oh Gott. Bin ich in Hubs? Mit Dumpfisch, Dumpfisch? Ach du Scheiße, wieso ist der prima nackt? Espada, alaikum salam. Der Archi hat geblutet. Ich bin in deren Fakultät. Nennt man das Fakultät? Ey, aber das habe ich mich auch gefragt, ob die wohl wissen, dass ich Batman bin. Also ob die Frau weiß, ob ich Batman bin. Fakultät ist an der Uni. Achso. Hi, Rinschallah. Der Breer hat seiner Wut freien Lauf gelassen. Burak verlängert das Geschenk-Abo von Hero, Ehrenmann. Der Breer hat seiner Wut freien Lauf gelassen. Ratten? Ich habe ihn gefragt, ob er eine Röpe ist. Ich habe ihn nicht wirklich ausgerufen können. Natürlich könnte ich eine Excepción für dich machen. Du kannst mir sagen, warum ich in Arkham Asylum für den Start. Was? Rich Boy, ich erinnere mich nicht? Oswald Cobblepot? Du hast ihn in eine blöde Pulp. Du hast ihn nahezu, hast ihn hier gelandet. Also das ist wirklich passiert. Wir haben den Tod geprügelt, ne? Turkin, alaikum salam. Burak, der Ehrenbruder, schallert einfach fünf Subs raus an die Familie. Dankeschön. Perfekt. Bisschen Elektro-Schocker auf Zeus. Freunde, lass ganz viel Liebe da im Chat für Burak. Er hat dir zehn Subs insgesamt verschallert. Löwe. Snowy, pass auf dich auf. Ich hoffe, Gott, dass es eine Hölle ist. Ich will deine Mutter sehen, was ich für dich gemacht habe. Ich bin so schwer, dass alle mich blämmen, was mein Vater getan hat. Ich bin nicht erinnert. Hörte mich, das nichts macht. Vielleicht nicht. Aber du bist die nächste beste Sache, Wayne. Yo! Bro, die Zehen sind aber cool dargestellt. Alle auch sehr cool sogar. Ah! Wer ist das? Wer ist das? Es ist so großartig. Wie wäre das so großartig. Wie wäre das? Ich... Danke. Ich habe die Hilfe. Du bist so großartig. Und wenn wir uns nicht nachdenken haben, wer wird, oder? Was ist hier passiert? Es ist wie ich dir, Doktor. Diese Gehörer sind die neuen Mann. Wer hat das gemacht? Was ist das du? Natürlich nicht. Es war über die Zeit, als ich in. Der neue Mann ist schwerer, als er sieht. Right, buddy? Bruce, ist das wirklich was passiert? Goh, erzähl sie. Ich weiß nicht, was passiert. Es ist alles ein Blur. Es scheint, dass du einen anderen Psychotisch-Empisod haben. Wir müssen uns auf das. Der Ordner, der hier vorhin war, hat diese Mann aus Geld genommen und hat sie in meine Zimmer. Er hat sie einen Taser gegeben. Ich wusste, dass du nach Arkham gekommen bist, ein bisschen... ...zum... 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 Aber ich brauche dich, dass du vorsichtig bist. Die sich eigentlich voll gut verstehen. So der eine checkt den anderen und der eine den anderen auch. Aber wir haben halt so andere Vorstellungen von dem, wie sie das umsetzen, was sie erreichen möchten. John Leland, by the way, Head of Psychiatry. I'll be overseeing your case personally. We'll get you transferred to a new... Warte, ich wollte eine Nachricht vorlesen, Chat. Das letzte Mal, als ich im Stream war, wurde ich enttäuscht. Wollte eigentlich Stream genießen und dann wurde meine normale Nachricht gelöscht. Von einem gewissen Mod. Finde das echt frech. Ohne Vorwarnung. Als wäre ich 10 Jahre alt. Und würde einen Krieg anfangen. Ich erhoffe mir in Zukunft eine Vorwarnung. Säfte, nächstes Mal, bevor du Timeout kriegst, ich schicke dir einen Brief nach Hause. Mit Goethe-Siegel und noch Stempel drauf vom Start. Ishak Schreff, wir lassen das vorher notariell beglaubigen. Hahaha. 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 Cool. John is one of our most improved patients. He's been with us for quite some time. I'm sure he'd be willing to show you around. Right, John? Oh, yeah. Yeah, I'll show him the whole nine yards. Oh, okay, John is one of our first. I think it would be best if you stay by his side for now. There's not enough flat tiles, you hear me? There's too many white tiles. You know, Doc, our last session was so enlightening. That's good to hear. Your next evaluation is in a few weeks. I'm glad you're starting to understand yourself better. Oh. Every day, Doctor. Every day. I can't taste anything. I want to taste. Wow, das ist eine richtig pruselige Anstalt. What the fuck? Und die Anführerin dieser Fakultät ist einfach Vicky, oder was? Do you remember the first time you let me into the rec room, Dr. Leyland? How could I forget? You had to teach me how to play checkers. Nee, nee, aber sie hat gesagt, Bro. Sie hat das doch gesagt, Batman und Merd. Bishamon, alaikum salam. No, no. Lady Akam, hieß die doch. Akam, hieß die doch. Ach so. Oh, also diese Ehrenanstalt ist eine Ehrenanstalt. Aber diese, die, die, diese Verrückten, die da Probleme machen, das ist so eine eigene Gang mäßig, ne? No exceptions. Stop that guy from trying. Such persistence. Wrong number two. Stop. Just take another bite. Was kommt alles noch? Okay, okay. I'll come by to check on you two later. Don't worry about us, Dr. Leyland. Okay. Bro, wenn er erfährt, dass ich Batman bin, ne? Ey, wieso der vier geht? Er ist jetzt richtig los. Beschützer von Gotham. I'd watch yourself around those two. Not a big fan of strangers. And just a little bit, you know, prone to outbursts of violence. Thanks for the heads up. I appreciate you showing me around like this. I'm a giver. What can I say? I always try to keep an eye out for new guys. Let's see. On the couch, that's St. Louis. Oh, shh, shh. His favorite show's on. Never misses it. Wir schauen mal. Und ja, heute spielen wir zu Ende. Episode 4 und 5. Aber Staffel 2 werden wir auch noch zocken. Junge, der ist unnormal korrekt zu uns. Was ist das? Doch, doch, das ist Joker. Natürlich. Hä? Rede doch. Ich glaube, der hat miese Psychosen, der Typ. Du sagst... Was für ein Name. Du sagst... Ey, da hinten ist dieser Psycho. So, wass the deal with that? Well, this one was a homeless guy trapped in a hopeless life. Ah, this was a woman who just couldn't stop cheating on her husband. This guy wanted to kill himself, but didn't have the courage. All lost souls that I freed from their earthly woes. Weipen, manu, manu, manu. Okay, yeah, that's enough. Ah, thanks. Zevde, so 5 Stunden wahrscheinlich, inshallah. Ey, ich will mit dem Riesen noch sprechen hier hinten. Der war doch hier. Ich gucke noch in den Schrank. Schlüssel benutzt vielleicht. Junge, wieso geht der so langsam? Für jede Person, die er... äh, Person, die er tötet, eine Narbe. Bruder, kranker Psycho, der Typ. Ich glaube aber, ich sage lieber niemandem, dass ich den Schlüssel habe. Ich hätte den Typen vielleicht fragen können, aber ich hatte irgendwie Angst, dass er mich dann dribbelt. Hey there, buddy boy. You miss me? I miss you. Der Typ ist Sass? Okay, Kuma. Also diese Kinder von Arkham haben nichts mit dieser Irrenanstalt zu tun, sondern diese Kinder von Arkham sind eher so, die wollen für die Gerechtigkeit dieser Leute kämpfen. I guess, weil die da so schlecht behandelt wurden und aus dieser Anstalt rausgelassen sind. Also das denke ich. Gut, Arnold, ist der? Wait, that's the move you're going to make, huh? Junge, einfach Jokers Name ist John Doe. Arnold geht sich gut. Hello. Hello? Go away. Arnold's busy. I swear, if you bother him, I will gut you. What can you tell me about John Doe? Perfekte Spielumgesetzung. I don't know anything. John? Ah, I love that guy. Makes me laugh. Want to know something weird? No one remembers the day John came to Arkham. Not even the doctors. John Doe und Jane Doe werden Personen benannt, deren Ware in denen die Identität nicht bekannt ist. John Doe steht für anonym im Englischen. Was? Das ist sowas wie Max Mustermann mäßig? Gseis, danke schön für deinen zweiten Monat, mein Brie. Was ist mit dem Spiel los? Oh mein Gott, hier ist der. Ach du Scheiße. Mit dem will ich reden eigentlich. Okay. Batman really did a number on this guy. Just let him be. What's that? Oh no, no, no. That's not polite at all. At all. Sorry, I can't talk right now. I gotta keep my eye on this guy. Chat ihm den Schlüssel geben? Das ist doch dämlich. Nein. Egal, ich frage mal den kranken Typen, was mit dem Schlüssel auf sich hat. Irgendeine Ahnung, wofür dieser Schlüssel ist. Any idea with this opens? How the hell should I know? Get that thing away from me. I don't want any trouble with the orderly's. Hmm. Das bringt mich jetzt nicht unbedingt weiter, Bratan. Oh, hier war ich noch nicht. Junge, geh mal weiter, du Opfer. Abo Abijim, vielen Dank für die wunderschönen Unterhaltung in Streams. Möge Allah dich reichlich belohnen. Armin, Dankeschön. Hey, ich war gefragt, es ist noch nicht lunch yet. Well, eigentlich, ich war nicht... Junge, Buck, du dreckiger, wieso bist du so frech? Schlüssel benutzen? Aber wieso? Der Krankenpfleger wird mich doch sehen, Bruder, das macht doch gar keinen Sinn. Ich rede mal mit dem Brea. Dein Schlüssel, es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Das ist nicht, wie du hier rauskriegst. Du hast es versucht, nicht? Das ist wunderschön. Seitdem er diesen Knacks hat, heftig. No one's above the law, including Bruce Wayne. After his vicious attack on Oswald Cobblepot, I had Mr. Wayne committed to Arkham Asylum, where I hope he'll receive the treatment he so desperately needs. The double-crossing two-faced... I thought you and the mayor would've... Bro, voll der ekelhafte Arbor, dass er mich sofort verkauft hat und in diese Anstalt eingesteckt hat. Man muss aber sagen, für die Fairness, wir haben ihn auch einen unkorrekten Move gemacht. Für die Fairness, Chad. I mean, you were supporting his campaign. I saw all sorts of photos of the two of you together. He is the reason I am in here. I can't believe he did this. Quite the temper on you. I have one too. In which Mayor Dent announced the creation of a special enforcement squad under his direct command to combat an imminent threat from the children of Arkham. Rest assured, we will find these terrorists, their stockpile of drugs, and their leader, this Lady Arkham, before they can strike again. Now, this is good television. Mayor on our rampage versus freaky drug-terrorist. I'm gonna find your drugs. I'm going to expose your corruption. Lady Arkham is dangerous. Way more dangerous than you think. Oh, I know a bit about Lady Arkham. Let me tell you. Oh, mit Joker wurde das ganze tausendmal interessanter. You know that Vicky is... Tell me what you know. You want to find Vicky and her drugs, huh? Can you revenge just like you got your revenge on... Hello, I love you. Susaku, mein Ehrenbri. Dankeschön für deinen achten Monat mit Prime. Löwe, Löwe, Löwe. If your information is good, we'll see. I knew I liked you. I've been watching you for a while now, Bruce. And I can tell there's something darker in you. When you attacked Oswald, I could tell you've enjoyed it. Ey, Junge, er war auf Droge. If those Cubs hadn't dragged you off of him, that Cobblepot-Punk would be dead. That wasn't me. It was just pumped full of her drugs. Those just amplify what you're already feeling, what's already inside. Don't be ashamed. It's in your blood. I see a lot of your father in you. She probably does too. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the veils killed? I never said he killed the veils. She was born in Arkham. Victoria Arkham. What? You didn't know that? The Arkhams did not approve of what your dad and his partners were doing. They were gonna blow the whistle on the whole thing. So your dad, well, pop, pop. Bro, aber das heißt doch, actually, dass sein Vater ein richtig Dreckiger war. Der hat ja gefühlt nur Scheiße gemacht. Alle sagen, der ist schlecht. You can relate. Tragedy can drive people to do some pretty dark stuff. You two are a lot alike, you know? But Rino, alaykum salam. You and Vicky are both dark souls. And now you're heading on a collision course towards each other. That's gotta be fantastic. You see? I know what you really are. Tolkien, alaykum salam. And that's why I really want to tell you where Vicky's moved or drugs, but you're not going to do anything while you're stuck in here. So, I vote, we get you out. How hard can it be? You're Bruce Wayne. The Waynes always get what they want. Seien wir mal ehrlich, rein theoretisch gesehen, Joker könnte da hundertprozentig easy raus, oder? Ich glaube, er hockt da einfach so, weil es ihm gerade Lust und Laune macht. All it would take is a phone call. Well, sure, but there's no phone, I can... Eh, assume I can take care of that. But it's gonna come at a price. When I get out of here, you're gonna owe me a favor, okay? Just one. Yeah, 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 I don't know what it is yet. But what's one favor between friends? Sure, one favor that seems fair. Excellent. We'll have loads of fun. Kylie, alaikumsalam. You'll see. Alright, tell you what, I'm gonna make a distraction to get the guards away from that gate. The rest is up to you. You make that phone call? And I promise, I'll tell you how to find those missing drugs. Hey, Zaz. Hello, Zaz. What the hell do you want? Settle a bit. What happens if you make a tally mark before you kill someone? What are you talking about? No, 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 I don't match it. Oh, God, I don't match. You can fix that right now. Skin feels like it's itching. Burning. Need to get rid of it. Stop. Someone get me a sedative. Run, Brucie. Run. 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 Aus Acken. Freikaufen. Zum Freikaufen mit Jungen spielen lassen, I guess? PCBD. Gordon, it's Bruce Wayne. Wayne? Aren't you supposed to be in Arkham Asylum? Listen, Gordon, I haven't lost my mind. I was drugged. The same drug the Children of Arkham used on Montoya and Harvey Dent. You get me out of here, and I'm willing to testify. This might help our case, actually. That makes three victims now, and Renee says she's got some new evidence. If you're willing to testify, I think I can get you out of there. Thanks. I have to go. Oh, Bruce, I have not had this much fun in ages. Let me tell you how to find Vicky's stash of missing drugs. Oh, in diesem Joker-Film, ne? Ich hatte schon manchmal echt Mitleid mit Joker. Wo er da einfach lachen musste in so unpassenden Situationen und das einfach zu Cringe-Dingern geführt hat. Das war schon krank umgesetzt, ohne Spaß. Es war wirklich heftig. Ask the fails. Quickly, come on. Good luck on the outside, Bruce. I just know you're gonna put on quite a show. Joker ist eigentlich ein sehr trauriger Charakter, ja. Und ich finde, dieser Film hat das auch echt gut rübergebracht. Wir müssen uns erschweren, brother. Warum muss ich sein, es schweren, was ich wohlführe? Wir müssen uns erschweren, wenn ich ein bisschen abgedeckt habe. Wir müssen uns erschweren, brother. Ich glaube, was er ist so gut. Wir müssen uns erschweren, we müssen uns schweren, bevor ich fühle mich Sie haben ein Visitor. Alfred? Alfred. Ah, Bruce. Thank heavens you're all right. You'll see, everything is in order. Signed this morning with Lieutenant Gordon of the GCPD. He is to be released into my care. I know it seems like using your power and influence is the best way to make this all go away. But it's just avoiding the problem. What happened with those men in your room? The riot with Zaz? You clearly need help, Bruce. He needs extensive evaluation, treatment. I think I'll get a second opinion. Yeah. I'm sure you can afford the one you like. Let's go, Alfred. Bruce. I can't wait. What's that about? What the fuck? Dem blie geht's gar nicht gut. I just can't believe that Lady Arkham was actually Vicky Vale this entire time. And all the while she was working with Cobblepot to try and bring me down. Did Lieutenant Gordon hear about this lead when he let you out? Not yet. Batman will handle this one first. Hmm. Even during Batman's brief hiatus, Gotham has become that much more dangerous. And the public opinion on Bruce Wayne... And the public opinion on Bruce Wayne... Well, it certainly hasn't gotten any better. So many people angry at me. Entire family. I just hope I can turn it around. I'm sure you'll figure something out. You always do. Junge Alfred, einfach Ehrenmann, immer glaubt an mich. Hello, Harvey. You should have stayed in the asylum, where I put you. What do you want, Harvey? The streets of Gotham are a dangerous place for someone like you right now. Well, you'll figure that out. Eventually. But by then it'll be too late. They're only dangerous because you made them dangerous. Armed guards on every street corner? It's insane, Harvey. I beg to differ. With the children of Arkham sneaking around everywhere. Those armed guards are the only thing keeping people safe. Maybe you haven't heard, but the children of Arkham have gone underground. Obviously plotting some sort of attack, and people are scared. Panicking. I needed to show them that my resolve hasn't weakened. That Gotham is still strong. So I gave them an enemy. You and your family's filthy corruption. The last thing I need is you traipsing around Gotham. You're pathetic, Harvey. Not even mayor for a week, and already the pressure's gotten to you. No. I'm just a man who's done letting assholes like you run the world and take whatever they want. Can't let you keep running around Scott free, Bruce. It's the will of the people. You can spare me your will of the people crap, Harvey. I know this is personal. You knew I was interested in Selena. What you did was alone. Bro, ne. Gar nicht böse gemeint, ne. Aber wenn wir das so betrachten aus dieser Welt von Gotham. Bro, er hat einmal mit ihr einen Kaffee getrunken. Übertreib jetzt nicht um Mutters Ehre, ne. Don't blow, Bruce. A real man wouldn't have done that. A friend wouldn't have done that. She doesn't belong to you, Harvey. She can see whoever she wants. Do not lecture me about Selena. Bruce? Bruce! We're done talking. What's going on here? Einfach Leute gestorben wegen Selena, ne, Bruder. Geld, äh, Welt geht unter. Auf Ding Obito angelehnt, auf korrekt. Well, well, well. Bruce Wayne. You really must have done something to piss the mayor off so much, hm? Maybe I'll get a bonus for this. Open the trunk. We're searching the car. If we find anything tying you to the children of Arkham, including drugs, weapons, or any other suspicious materials, you will be taken into custody. I know my goddamn rights, and you better have a warrant to back that up. Don't need one. Mayor Dent gave his enforcers full search and seizure rights. Eh? I can't, I'm fucking, that's it. Come on, what's the damn hold up? Get back to your car. Of course. Shoulda known. Go back to Arkham, you damn maniac! The hell? Careful, or you'll be the next cobble pot. Showing your face in public like this? Not real smart. I am tired, I am hungry, I haven't showered in three days! I want to go home, and if you don't get the hell out of my way, I swear to God I will have this car run you over and then back up again just to make sure it did the job! Bruce! Shut up Alfred, I can handle this! Someone else heard that, right? This psycho just threatened me! Yeah, I've filmed the whole thing! They should lock you up! Oh God, I... Alfred, I'm sorry. Bro, these are the tricks. You'll be fine. We just need to get out of this mess. Nowhere to run, dirtbag! Next one won't be a warning shot! Alright, now the way I see it, there are two ways we can do this, Bruce Wayne. Either I let these people at you and see how you handle mob justice, or you could make a little donation to me and my boys to help us stay well-funded, hmm? And well-armed? What do you say? Bro... They've got us blocked in. I can't back up. This is turning ugly, sir. What would you like to do? Junge, what's going on here? What's going on here? And it ain't gonna make him happy. Hey, he's the problem, not us! Back up, back up, people! Bruce! Hey! Your father committed innocent people to Arkham and made sure they stay there for the rest! Here. It's everything I have. Okay? Sure, that'll work. This is... Chat, I'd have my image just a lot more, if I click the VIEC. Leider. But if I had this barricade, that would be a catastrophe. It's over. Yeah, sure. Take it up at City Hall. Bro, the arme Alfred. He had so a disrespect not earned, ne? Big F on the Opa. Hey, was is that? Er hat doch nur eine Pulle bekommen. Ist das so Eskalation? Ich dachte, das geht wieder weg, das geht wieder zurück, dachte ich. What do you mean, you're leaving? Bruce, Harvey's clearly lost it. All over the news, yelling about how you need to be brought to justice. Throwing whoever he wants in jail. Not really interested in seeing what he has planned for me. I was supposed to be here laying low. Does this look like laying low to you? You don't need to worry about Harvey. I'll protect you from him. Don't write checks you can't cash. Don't you get it, Bruce? Harvey catching you in my apartment drove him completely around the bend. So you're saying you think his breakdown is our fault? I... Yeah? Don't get me wrong, Bruce. That night was a lot of fun, but... Not worth dying for. He's dangerous. You understand, don't you? Ich verstehe. I... I understand. I don't like it, but I understand. Thank you. I appreciate that. But boy, are those puppy dog eyes breaking my heart right now. So where you gonna go? I got some other business I need to take care of. What other business? I don't like it. Look at yourself, Bruce. You're in no shape to take on Harvey. Or the children of Arkham for that matter. Of course. That's my car. See you around. Good luck with... All of this. I'm fine, okay? I just need to get to the computer. You're exhausted. And the influence of Lady Arkham's drug may still be affecting you. You've seen the way it's still affecting Harvey? He's a paranoid wreck. Harvey is turning Gotham into a police state. Oswald has stolen my company, and we need to find Vicky and the children of Arkham before they strike again. I can't just ignore it. You're in no condition to work. You absolutely must get some rest. Oh. Sorry, I'm not sure. Sorry, I'm not sure. We need to address your health before you do anything else. Bruce, you look awful. He's had a very long evening. You're right. You're right. It's just focus on getting my head clear first. And it's water ice. Yeah, bro. It's a bit of ice. But I clicked on it and it turned out to ice. Even better. Slush, brother. Wie will er so arbeiten, ihm geht's doch überhaupt nicht gut, Chat. Ich check das nicht. Romilu, willkommen im Chat. Ey, lesen wir mal über Vicky, ne? Das interessiert mich jetzt, Bro. Was da steht. Enthüllungsjournalistin Gotham Gazette. Vicky Vale, weil sie mir, wie sie mir bekannt zu sein schien, gibt es nicht mehr. Sie hat aufgehört zu existieren. Ihr richtiger Name ist Victoria Arkham. Aber ich schätze, sie möchte lieber Lady Arkham genannt werden. Sie war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase und irgendwie bin ich trotzdem nicht darauf gekommen. Warum? Sie hat mich manipuliert und zu zerstören versucht und hätte es auch beinahe geschafft. Es war ein schlampiger Fehler meinerseits und ich kann es mir nicht leisten, dass er mir noch einmal unterläuft. Aber damit ist es jetzt vorbei. Als erstes muss ich ihren Vorrat von dieser Bewusstsein verändernden Droge finden und ihn zerstören. Eine der ehrgeizigsten und kompetentesten Reporterinnen der Gazette. Ich habe von ihr gelesen. Sie gleitet manchmal aufs Boulevardniveau ab, aber ihre Leidenschaft für die Wahrheit lässt sich nicht abstreiten. Sie ist schon eine Weile bei der Zeitung eingestellt und hat alle möglichen Themen behandelt. Jemand wie sie hatte Kontakte, für die andere töten würden. Vielleicht ist sie über die Lage in Gotham sogar besser informiert als ich. Ich werde eines Tages vielleicht herausfinden müssen, was sie weiß. Oh hier, auf den Rest scheiß drauf. Wirkstoffmolekül. Okay, und das rechts. Hier ist mein DNA vor dem Anfall. Es scheint, dass die Drogen sich an die Proteinen spezifischen Proteins in der Genome. Wenn wir die Drogen verändern können, wir können einen Kontakte. Als Sie das herausfinden können, werden wir eine Antidose funktionieren. Wir können die anderen durch die Drogen behandelt. Nein. Ich wünsche mir das möglich. Hä? Junge, was muss ich machen? Erstelle ein Gegenmittel. Passe die Sequenz des Wirkstoffmoleküls der Vorlage an. Ah. Aber wieder oben. Oder ich checke gar nichts. Okay, nochmal drehen. Hä? Das dreht sich aber nicht wie dort. Unten zwei Dinger. Ja, so. Ähm. Nochmal drehen. So vielleicht. Das ist doch richtig. Ja, das ist richtig. Jetzt das nächste noch. Ah, jetzt habe ich es. We did it. With the power of friendship. Hm. So schnell geht das? Bitte mach jetzt keinen Scheiß, Bruder. Bitte, das soll einmal gut gehen. Oh, es hat geholfen. Oh, es hat geholfen. Oh, es hat geholfen. War langeis. Das könnte gut möglich sein. Ja. Ich denke auch. Itachi Ehrenmann. Die Frau. Die Frau. Sie versucht, dich zu holen zu bekommen. Sie versucht, dich zu interessieren. Sie hat dich verraten. Sie hat dich verraten. Ich habe sie nie vertraut. Es war immer etwas... ...off. Deine Instinkte sind sehr oft falsch, Herr. Sie hat mich die ganze Zeit gespielt. Sie hat mich verraten. Sie hat mich in Arkham. Sie wollte mich in Arkham. Sie wollte mich, dass ich Batman bin oder nicht. Schöne Löwe. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Sky Rail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know, I know. I, uh... ...met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? A fence intended toward your recent time there, of course. He knew that Vicky Vale was Lady Arkham. No one else has that information. I suppose that's not something we can ignore. Trustworthy or not. Oh, man. If I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. Can we get too tough to look at them? Chad, I think that's so a thing. Guck mal, wir denken, der eine hat die eine Maronette gesteuert, dann über dem war noch ein Puppenspieler und so weiter und so fort. Und am Ende wird Joker der sein, der das alles so kontrolliert hat, wie er Lust und Laune hatte, hundertprozentig. Guck mal. Guck mal. Bruce, bevor you head out, I've got something for you. I call it a strobe grenade. Throw it at any surface and the ensuing light show will make you almost impossible to track. Perfect. Thank you, Lucius. Thank you. Least I can do after you invited me to come work in the Batcave with you. Bruce? Yeah. If you do fight Miss Vale, please be careful. Guck, wir haben jetzt Upgrades bekommen. Ich glaub, wenn wir ihn in der Firma gelassen hätten, hätten wir vielleicht Informationen bekommen, aber nicht die Upgrades. und dann wäre vielleicht was Schlimmes passiert. Wo uns ist der Vales? Okay, wir sind jetzt bei Vicky zuhause, also bei ihren Eltern. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was passiert, Bruder. Einfach Tür steht offen auf, korrekt. Ich bin in der Vail-Haus. Gehe weiter, Maus, um dir einen besseren Überblick zu... Hä? Wieso liegt die da so random tot? What the fuck? There is a lot of blood. Alert, Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Freunde, ich verstehe gar nicht, wieso wir schockiert waren, dass dieses Spiel so teilweise brutal ist. Wow, The Walking Dead war ja noch tausendmal brutaler, ne? Von diesem ganzen Blut und so, dies, das und töten und so weiter und so fort. Das war ja viel krasser eigentlich. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes. But this is several times stronger than the Dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. The War of Among Us ist auch krass brutal. Bro, ich bin echt gespannt, was das mit der Story auf sich hat bei dem Spiel. Ich habe keinen Plan, kann mir darunter gar nichts vorstellen. Recent family photo? Vicky's not in it. It shows the Veils with another child in front of an industrial office. There's a logo on the building. Okay. Ich glaube, das hat keinen Zusammenhang eigentlich. Nee. Trap. Mrs. Veils Leiche. Halt. Ah, die Spritze. Ah, die Spritze. Spritze jetzt damit verbinden gleich, I guess. Her Augen sind weg. Stabbed. That's disturbing. Wisst ihr was sein könnte irgendwie, dass sie in diese Anstalt eingewiesen wurde und dann hier Rache genommen hat oder so, I guess. Psychosen durchgekommen? Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Geist ist krank. Der Alten geht's nicht gut. Okay, wir müssen noch irgendwas verbinden. Blutspritzer. Das ist aber nicht was Bild, oder? Das wird doch gar keinen Sinn ergeben. Ich muss... Oh, hier. Ha? Einmal so ein Bündel, Bruder. Okay, wir suchen mal weiter. Messer. Oh, da ist das an der Wand wahrscheinlich. Oder nein, am Haar. Ich glaube, ich muss das Messer mit dem Haar verbinden. Aber das war nicht die Mordwaffe, I guess. Ja, das ist schon traurig, Bishamon. Ah. Krass. Vielleicht kommt's. Ah. Die Armbres. Helena, alaikum salam. Untersuchen. Weil, die hat eine eigene Firma. Ich glaube, bei Amerikanern und Italienern ist es immer so, wenn die eine Firma aufmachen, die nennen das nach ihren Nachnamen, ne? Oder nach ihrem Vornamen oder sowas. Ne, das hat keinen Zusammenhang. Okay. Mit was könnte ich das aber verbinden? Gürtel verbinden mit... Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Was hatte ich hier denn noch? Blutspritzer? Draken, alaikum salam. Ja. War das einzig Logische hier. Und ich denke, das Bild mit dem Logo. Weil, da ist auch das Dings drauf. Also seine Arbeitskleidung. Sie was sind, alaikum salam. Ah. Ja. 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 Sie hat eine Säzabel Warehouse in der Industriebranche. Und eine Fläche der Trucke. Und jetzt, Vicky hat es. Was genau passiert in dieser Haus? Ich denke, ich weiß. So. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offer the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. Hey Junge, wie gut habe ich das aber diesmal zusammengebracht, ne? Call me, bro. Bro, ich hatte die Bilder im Kopf zu, äh, zu viel Detektiv Conan geguckt. Das sind ihre Adoptiv Eltern. Okay, krass. Okay, krass. Das sind ihre Adoptiv Eltern. Okay, krass. Danke, sehr Kenedian. Bruder, die Alte ist ja mies gestört. What the fuck, ihr geht's überhaupt nicht um. Äh, vielleicht der Sohn? Der Sohn vielleicht? Ich glaub, der ist hier irgendwo. Versteckt vielleicht. Bruder, auf süß, vielleicht seinen Eltern helfen, wenn du nur versteckt warst. Kein Plan, aber mal gucken. Hm, nach oben. Oh. Achso, der ist immer noch so klein. Ich dachte, das ist ein Bild aus der Vergangenheit. Achso, das ist der Junge auf dem Foto. Deren Sohn. Aber woher wusste das Joker? Versteh ich nicht. Ist doch gerade eben erst passiert, ne? Er ist auch adoptiert, ja. Junge, Batmans Kostüm sieht so cool aus, voilà. Chat, erstmal einfühlsamen Hasen machen. Ihr kennt ihn. Ja. Damit er sich uns anvertraut. Ich brauche, du sagst, ob du siehst oder nichts hörst. Das ist wichtig. Ich... Ich hörte jemanden etwas sagen. Etwas über Drugs. Danke sehr, sehr. Ich küsse dein Herz. Ich weiß nicht, wer. Ich weiß nicht, wer, weil ich nichts gesehen habe. Ich habe nichts gesehen, weil ich hier hier geflogen habe. Bitte nicht mich zur Verpflichtung. Der Brea hat Schock für sein Leben. Ach du kacke, die Kranke ist da, ne? Oh, P-Shit. Well, hello, Batman. What a pleasure to see you. Tell me. Let me guess. You'll try to figure out our next move. Figure out where the drugs are. Did I get it? Amokos. Pathetic. I've got these little back traps. Horde over to see. But I should have known a good double murder would be what brought you out of the open. Ja, okay, aber ich sage euch ehrlich, spätestens jetzt müssen die eigentlich gemerkt haben, dass das Batman ist, Bro. Bis jetzt hat Batman nichts gemacht, während Bruce in der Anstalt war. Bruce ist aus der Anstalt seit fünf Minuten raus. Er ist wieder als Batman aktiv. Hä? Da muss man doch irgendwie den Zusammenhang erkennen. Ja. 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 Und nochmal ein Fuch. What the hell? Ey, die scheiß Drohne will nicht sterben. Oh nein. Du, ich bin kurz vorgeworden. Are you safe? Were you wounded? I-I'm okay. The- They're dead. It'll be better if you don't look. Oh. I'm sorry They weren't always nice But they gave me a place to live I promise I won't stop until I catch the person that did this Freunde ist das eigentlich nicht immer die Die Backstory von Robin Dass einer auf den er den irgendwo gerettet hat Der seine Eltern verloren hat Und der den bei sich dann aufnimmt und so Ist das nicht das Eigentlich Im Zirkus? Wirklich? Okay, das wusste ich nicht Es gab mehrere Robins Es gab sehr viele Robins, Bruder Es gab mehr Robins als Menschen überhaupt Oh my god He was the only survivor Gamer, aleikum salam Come on, let's get you out of here He saved me Oh jesus Was this the children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Veils? Because their daughter Vicky is Lady Arkham Ich liebe sie Ulla, Alia, danke für den 3 verschenkt Zaps Ehre Auf Aufrunden angelehnt She killed her own parents So she could use their Vielen lieben Dank für die Blümchen Mandu Stark, 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 stark Freunde Ihr wisst was zu tun ist Ganz viele Wees da lassen im Chat Und Alhamdulillah I know you got this You don't like this Alhamdulillah Für diese Community Freunde 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 Für die Stolz Für die Stolz Vicky? Für Vicky Vail, die Reporter? Vicky Vail, die Reporter? Billo, aleikum salam Und so Who is the boy then? My guess is he's another foster child Living with the Vails He says he heard something about drugs And attacking the police Can't confirm anything But it sounds like the children of Arkham Might be plotting something With those drugs Against your people Thanks for the heads up The warehouse is Vail, Oil and Eating You should secure it as soon as possible I'll get on it right away What about you? I've got something I need to look into Lieutenant What's going on here? Securing the crime scene, Commissioner Not anymore you're not I'm taking over this investigation I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime Crimescene again Er hat ja Er hat ja Er hat ja Sein Vorgehen war ja immer Sogar tausendmal besser als bei Ding Bei Batman Also Spider-Man hat ja noch viel weniger Brutalität benutzt Bro, trotzdem Die Polizisten haben ihn nicht mehr abgefuckt Ruh, gib mal weg Die NPCs Hab ich nicht verstanden Und so your bad stunner just didn't work? That's right I have a bad feeling it was no accident If not for Lucius' strobe grenade I'm not sure what I would have done Lucius, meet me at the bad computer There's something I want to talk to you about Be right there Let's get a closer look at you Ich hab die Ehre der großen Krabbe beschmutzt 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 Ey, das war einer der krassesten Folgen damals No damage on the microfiber Adhesion regulation reads normal Hallo Ich liebe sie Aliyah hat von einem Prime Abo auf Stufe 1 Abo gewechselt Aliyah, hast du das nicht letztens schon gemacht? Ich verstehe das nicht Das verwirrt mich Switchst du jeden Monat immer rum, oder? Ich bin confused Diesen Monat kriegt er mein Prime Abo nicht Erst nächsten Monat wieder Beides ist halt ein Sub-Hero Das Ding ist, ich sag dir aber ehrlich Als Streamer natürlich Man fühlt sich so ein bisschen Geehrter, wenn jemand dir seinen Prime Sub gibt Weißt du? Weil auf Süß Vielleicht jemand hat nicht die finanziellen Mittel Und er hat so diesen einzigartigen Prime Sub Und dann gönnt er dir den Man denkt so, bro, krass Ich muss ja sein Lieblings-Streamer sein So mäßig ist das, verstehst du? Aber eigentlich an und für sich Für mich kein wirklicher Unterschied Also beides ist finanzieller Support Herr, dreh dich doch! Aber Lucius hat seine Augen auf der Wayne-Tag Die Kinder von Arkham breached Das ist etwas anderes Ich bin hier, was ist? Schau mal an das Oh Gott Sie haben sogar seine Dinger gehackt Der Kranke Ja, jetzt hab ich reingekackt Indem ich ihn als Mitarbeiter aufgenommen hab Sorry Chad wird jetzt sagen Bro, ich hab dir gesagt Du sollst ihn als Spiel unterlassen Oh, was a mess That sleaze cobblepot at the heart of it all Cut yourself some slack, Lucius There's no way you could have known I certainly don't blame you for it Well I still feel a little guilty Looks to me like he's introduced Some sort of bug into your network That's how he's making my equipment malfunction? For now, but if he keeps it up He could completely take control of your tech My lord That would be catastrophic Catastrophic Is there anything you can do? I can try to work on your firewalls But if I do anything too drastic They'll know we're on tour I'm tired of being on the defensive Why don't we attack him instead? I'm not sure But I can certainly see what I can do Thanks, Lucius Uh, Bruce, Lucius You're going to want to see this What is it? Reports of Children of Arkham activity are down But these efforts do not come cheap That's why I am formally seizing the Wayne estate So the corrupt wealth of Gotham's elite Can go to the better purpose Of protecting Gotham's common man Mr. Wayne has 24 hours to evacuate his property And turn it over to the city Or he will be removed You can't let that egomaniac for us Was will der Typ? Ich verstehe das nicht Ist er geistig Nicht ganz stabil am Start Sat on the street I have to talk to him Harvey is scared Paranoid But he clearly views Batman in a favorable light Then again Maybe talking to an old friend is what he needs Harvey's behavior is unpredictable Random Who knows how he will react by the way Hey, Billo, Bratan Ich weiß, du meinst das nicht böse, Bro Aber du bist neu im Chat Und die ganze Zeit Diese Nationalität zu fragen Einer auf denen Als ob es das Einzige ist Was mich als Mensch ausmacht Ist so Kommt komisch rüber, weißt du Und sogar Leute haben dich auch Im Chat hingewiesen Dass das so unnötig ist Also bitte unterlass das Ja, ich bin Chechener, Bruder Aber hamdulillah Das, was für mich zählt Ist, dass ich Mensch bin Und Muslim So, Punkt aus, Ende Ich küsse deinen Kopf, Bro Als Batman gehen Als Bruce gehen Ich weiß gar nicht Boah, ich kann mich nicht richtig entscheiden Er hasst mich halt Er hasst mich abgrundtief Wieso sollte ich als Bruce gehen Das ergibt für mich keinen Sinn Ich glaube auch, er wird nicht auf mich hören Lieber als Batman Boah, weil Batman Er sieht das so als andere Person Vielleicht vertraut er mir dann ein bisschen Das, was zählt Ist das Herz eines Menschen, Freunde Egal welche Hautfarbe Herkunft Oder was weiß ich was Red inshallah Er ist das so Ja, okay, aber was ist das für eine dumme Vorangehensweise? Du gehst zu weit, lass Wayne in Ruhe. Mann, das hätte man doch ein bisschen klüger kommunizieren können, Buck. Ah, aber ihr Freund, um ihren Ruf nicht zu verlieren. Warte, was hat Mert geschrieben? Ich würde es kurz vorlesen. Aber bin Türke, haha. Bist du auch Türke? Hahaha. Hahaha. I'm finally starting to understand, to see just how sick Gotham really is. To save Gotham, I need to do some bad before it gets better. Ready to go. Do it. Batman, wichtig. What did you do? Our Lady Arkham's drugs destroyed. Man, we lost a bunch of our own guys. The apartment, next door. Wow, was passiert da, tschüss. Oh man, that blast was way bigger than you said. We must have taken out a whole city block with it. We stopped the children of Arkham. That's all that matters. That's what a leader does. I feel like I should thank you. Seeing as you did give Gordon that tip. I don't care what your end goal was. Even one innocent life is too high a cost. Then you're thinking too small. I doubt the police would see it that way. There has been some conflict with the police. Hey, warte mal, sorry. Ich war gerade nicht hundertprozentig fokussiert. Was ist gerade passiert? Was hat er gemacht? Hat er einen Befehl gegeben, dass man jemand töten soll? Oder was ist passiert? So ein dreckiger, er verursacht Schaden, damit er gebraucht wird. Bombe, boom. Er hat eine Bombe in die Luft sprengen lassen, ne? Er hat die Bombe hochgehen lassen. Und dabei sind Menschen gestorben. Er war wirklich nicht glücklich, wenn ich über seine Kopfschmerung um den Befehl zu holen. Aber ich habe ihn geholfen. Was hast du gesagt, Gordon? Wo ist er? Nein, warte mal, warte mal, warte mal. Ich musste ihn machen. Um, 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 um. Um, um. Gordon ist auf Gothams Seite, Harvey. Er kämpft auch für diese Stadt. Batman, ich bin sorry. Es ist wie ich dir gesagt habe. Ich... Crime Alley. Ich habe ihn in Crime Alley. So ein Stück Scheiße. What the fuck. Bruder. Wieso Gordon? Er hat doch gar nichts gemacht. Er macht doch nur seinen Job, Bro. So unnötig. Voila. Richtig unnötig. Boah, so ein Opfer. Wirklich. So ein Opfer. Wirklich. Dents got you brainwashed. No. He's trying to help. The children of Arkham are out of control. And no one, no one is doing enough. Batman. Batman. What a mess. Thank you Batman. The things. And explain to me why I just watched half a city block go up and flames. Dent took out the warehouse with the drugs. The location that I gave to you. Are you accusing me of something Batman? Just say it. Come on. Let's hear it. I only told you. Dent knows. So someone you talked to told him. You know we're on the same team here. So stop leaning on me and let's figure out what happened. Tell me what you know. By the time I got back to the precinct, Dent already had the information. He strong armed it out of Commissioner Grogan. I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here. Dents position makes him dangerous. He's persuasive and he has power. Dent thinks that what he's doing is best for God. Gordon weiß nicht, dass das Bruce is. Ne, 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 er weiß nicht. Er ist im Kern eigentlich eine gute Person. Er hat leider eine Persönlichkeitsstörung. Ja, und er ist die ganze Zeit wegen diesen Drogen so kaputt, Bro. Ich wünschte, also ich dachte er wird bei diesen Treffen immer auf Krampf dieses Gegenmittel geben, damit das komplett aus seiner Blutlaufbahn weg ist. Aber, check nicht, wieso er das nicht gemacht hat. Oder hat sich das schon mit seiner Psyche vermischt? Jeder kann gerettet werden. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, Chat. Ich will ihn nicht töten. Legen sie Haar weg. Lady Arkham ist da. Ich glaube, Dent arbeitet mit dem Binguin zusammen. Ey, das habe ich mir auch gedacht, voila. Komm mir richtig komisch vor, alles. Die Lilla LED ist ... Drip. Die Lilla LED ist ... Drip. Ach nein, das wird alles direkt. Ach nein, das wird alles direkt. Herr, bist du okay? Penguins-Hacken-Assaults werden besser. In diesem Fall, er wird meine Technik kompromisiert am Ende des Nacht. Der einzige Ort, er könnte mich auswählen. Der einzige Ort, er könnte mich auswählen, ist Wayne Enterprises. Der einzige Ort, er könnte mich auswählen, ist Wayne Enterprises. Ich muss Pinguin aufhalten erst mal. Bro, er macht meine komplette Technik und so kaputt. Ich verstehe. Zeit, um zu arbeiten zu gehen. Treust du dich auf das neue Spider-Man-Game? Ich werde das so suchten. Ich auch safe. Wir werden das im Stream gemeinsam zocken, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Also auch an die Brees und Sisters, die jetzt keine PlayStation 5 besitzen und so. Bei mir könnt ihr es hautnah miterleben. Inchallah. Ich muss auf PC-Release warten. Oh, Rogue One. Könnte länger dauern, ne? Das ist kritisch. Es sieht so aus. Ich gebe dir, welchen Unterstützung ich kann. Aber von hier in der Batcave, kann ich nur sehen, was du kannst. So lange, wie du den Penguins' schwarzen Box bekommst, wenn wir in der Lab sind. Ich kann definitiv das tun. Just be careful, Bruce. Das Spiel von One Piece wäre Baba für PS5. Es kam doch erst letztes Spiel für PS5, also für Playstation von One Piece raus, oder? Philippe, willkommen im Chat, mein Bri. Ja, Folge 4 halt, ne? Fast zu Ende. Mach auf, mein Bri. Versteck dich jetzt. Ach du Scheiße. Boah. So cool. Richtig nice umgesetzt. Ich glaube auch, die zweite Staffel wird um vieles besser sein als die erste irgendwie Chat. Nein! Bin ich gestorben? Hahaha. 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 John Cena. Alikum Salam. Mann, der Scheiß. Boah, man macht es sich manchmal zu chillig, weil hier wirklich ein Netflix-Action ist, ne? Und den Spaß. Ey, was war die Kanalwette eigentlich, Chat? Hab ich die jetzt verloren? War das... Ob ich heute einmal sterbe oder zweimal? Oder was war da? Boah. Finguin, du Dreckiger. Du kriegst jetzt Backpfeifen. Einmal. Okay, also hab ich verloren. Werd kommt, ich bin gestorben. Junge, guckt euch mal sein Gesicht an, Bruder. Als Bruce auf Droge war, er hatte den ja totgeprügelt, ne? Guck, du. Guck, du. Du schlauchst, wenn du da kannst, Cobblepot. Du schlauchst dich. Ja? Ich glaube nicht. In fact, ich glaube, das ist dich, der wird mich verletzt. Ich bin ziemlich gut in der Kommission, aber da sind einige Schäuze hier und da. Das ist nicht ein Wunderschönes Wunderschön. Na, ich habe ein bisschen inhaltige Informationen, das mir mir eine Vorteile. Let's go! Hurra! Grüße gehen raus, mein Brieh. Dankeschön für deine fünf verschallerten Subs. Mein Löwe, mein Bär, mein Nöwe, mein Storch. Undo meine Experten steuership, mit der Technologie being developed, wir können die Nationen kontrollieren. Du und deine Planungen sind vorbei, Pengwin. Du gehst runter. Wrong. Das ist nur der Anfang. Wale war zu klein. Er war nur überraschend. So, fokussiert auf die Technologie konsumierende. Oh, Rossi. It helps you plan things out ahead of time. Neat trick, though. Pretty flashy for someone who only wears black. Hell. Not just for fashion. It's very functional. Face it, Batman. You're outmatched. Without your tech, you're just a man in a pointy-eared costume. You can't stop us. Watch me. What the fuck? Oh, nein. Ey, mein Spiel leckt. Okay, Junge, wieso hat das ein Place Drops? Place, alaikum salam. Ey, dankeschön nochmal für dein Raid, Firat, wirklich. Ey, und mach mal Shoutout am Firat, bitte, Bro. Und checkt ihn liebend gerne ab, Freunde. Das ist die erste Staffel Summit. Harami, willkommen im Chat. Was ist das für ein Game? Batman Telltale Series. Deswegen hat das alles funktioniert. Er hat diese Base gefunden, ne? Geisteskrank. Was geht jetzt ab? Bro, er ist einfach weih aus League of Legends. Oh mein Gott. Oha. Bro, ich krieg miese Schläge. Ach, du Scheiße. Faser, dankeschön für deinen Verschenkten am Firat. Bro, ich krieg miese auf die Fresse. Ah. This is the start of a new legacy. Well, I'm afraid you don't have any place in it. Ah. Das war so nice. Ach, die Scheiße. Wichtig. Nice. Junge, eine der coolsten Szenen bis jetzt, ne, Chat? Was passiert jetzt? Krank. Freunde, seien wir mal eilig. Aber die Leute, die seit Episode 1 von Batman dabei gewesen sind, hat er verdient. Mit Herz und Seele hat er verdient. Ihr wisst ja immer, es ist ein ekelhafter, dreckiger Opfer. This isn't the end, Batman. You can't stop us. It's done, Cobblepot. Your revolution is over. It started with you, and it ends with Lady Agam. Oh, good luck. You'll never find her in time. Where is she? What is she planning? The message is the same as it's ever been. We will open your eyes. This city's hypocrisy will be exposed. Tell me where to find her. Oh mein Gott, du kriegst so Schläge jetzt. Im Festhalten, im Bewusstsein, im Festhalten. Ich dachte, wenn ich ihn festhalte, kann ich ihn noch mehr dazu zwingen, dass er redet. Aber Bro, er hat ihn einfach mit Kabelbinder festgebunden, der NPC. Eigentlich Bewusstlos schlagen hätte ich am Ende gemacht, Phaser. So Müll. Bereust gerade, dass du ihn nicht bearbeitet hast. Sei ehrlich. Weil er sogar bereue ich Arbeitsamt. Ich wusste nicht, dass er den Kabelbinder macht, wenn ich Kreis drücke. Er sagt, just cut me down, mate. Und da steht, mach mich fertig, Kumpel. Hä, Junge, was ist die Übersetzung manchmal? Er hat unser Haus verbrannt. Habt ihr das gesehen? What the fuck? Chat, das Ding ist, ich musste aber erstmal Pinguin schnappen. Wenn ich zu dem anderen gegangen wäre, es hätte uns nichts gebracht. Wisst ihr wieso? Bro, meine Rüstung wäre abgekackt. Ich hätte die Mission nicht meistern können, ohne Spaß. Also ich musste das erstmal so machen. Ich musste erstmal ihn aufhalten, damit wir uns um Two-Face kümmern können. Hast du dem Joker einen Gefallen versprochen? Du und 49,5% der Spieler willigten ein, dem Joker nach der Entlassung aus Arkham einen Gefallen schuldig zu sein. Krass. Also die Hälfte mäßig. Wie bist du aus Arkham entkommen? Du und 68,8% der Spieler nutzten ihren Reichtum und ihre Anwälte, um aus Arkham zu entkommen. Wie bist du an der Barrikade des Gesetzes-Hüters vorbeigekommen? Du und 51% der Spieler bestachen den Gesetzes-Hüter an Harveys Sicherheitskontrollposten. Hast du dir Harvey als Bruce oder als Batman vorgenommen? Du und 56% der Spieler schüchterten Harvey als Batman ein, anstatt Bruce seinen Zorn zu riskieren. Doch, doch, was denn? Wie, wie stimmt das nicht? Doch, doch, ich habe ihm Geld gegeben. Äh, Armani. Hast du Harvey oder Oswald aufgehalten? Du und 54% der Spieler hinderten Oswald daran, ihre Technologie zu zerstören. Selbte, willkommen zurück. Er meint aus Knast. Achso, ja, ja, da habe ich meine Connection spielen lassen. Das war die Nachrichten. Untertitelung von TV